Also mir tut das ehrlich leid, ich will hier auch niemanden weggriefen oder irgendwas. Aber fremde Leute, hier beim lokalen LP-Server von uns ist ein bisschen... Weird. Ja, ich weiß auch nicht, wie der hier reinkommt. Der Server ist nicht offen. Ja. Ich muss kurz mal was gucken. Es ist das erste Mal, dass hier jemand mit uns... Also dass jemand auf diesem Server war. Das ist mega merkwürdig. Wie kann ich eigentlich die Kiste vergrößern? Das hat mich jetzt so sehr aus dem Konzept gebracht, Freunde. Dass hier plötzlich dieser Typ steht. Was ist denn jetzt? Achso. Also es tut mir leid, der ist ja, ist zwar... Das ist nicht böse gemeint, aber das passt uns nicht ganz. Wenn wir das wollen, dann sagen wir mal Bescheid, wenn Leute mitspielen sollen. Aber aktuell ist es nicht unser Wunsch. Ist ja mega merkwürdig, oder? Hm. Wie geht's eigentlich? Der hat noch Bären. Der hat noch. Der hat noch. Wir müssen doch mal in die Todes gucken. Da verfällt langsam unser Fleisch. Ja, wir haben zu viel Fleisch, um es zu essen. Ja. Ja, oder wir essen einfach zu wenig. Also guck mal. Ich weiß nicht, wo du bist. Wieso bist denn du jetzt nackt? Bei mir ist das verpixelt. Ja, bei mir auch. Ja, weil ich von dem dieses Adams-Kostüm angezogen habe. Ich geh weg. Hör auf, über unsere Sachen zu laufen. Okay, also das ist gerade alles minimal verstörend, finde ich. Nur ein bisschen. Okay, Lisa, kannst du mir einen Gefallen tun? Kannst du für mich ein bisschen mit Holz und Stein hacken? Klar. Damit ich hier ein bisschen bei der Schmiede vorangehe. Es sind übrigens jetzt drei Kisten an der Schmiede. Okay. Ich muss mal kurz ein bisschen Holz rausziehen. Wie ist das denn gerade passiert? Was denn? Hm, alles gut. Wow, du hast aber jetzt viel Eisen gefunden. Ja. Also Metall. Cool, ne? Ja, cool. Ich habe auf der anderen Strandseite ganz viele Steine kaputt gemacht und da war echt viel Metall drin. Ja, cool. Also ich muss ehrlich sagen, wenn ich mit ihm hätte kommunizieren können in-game, hätte ich ihn gefragt, was er hier gerade macht, wie er hier herkommt. Aber die Option besteht leider nicht, wie bei PUBG oder anderen Spielen. Sonst hätte ich ihn wirklich gefragt, was er gerade... Also ich kenne die Option nicht. Ich wollte gerade sagen, eigentlich muss es die ja geben, weil das ist ja auch so ein PvP-Spiel. Also irgendwo muss es die geben. Ich dachte gerade eben, du hast deinen Skin verloren. Achso, nee. Ich bin ja ein Weitchen. Ja, mich wundert in dem Spiel nichts mehr. Aber wie ist der in unserem Spiel? Also ich kann mir vorstellen, wer das ist. Ich hätte eine Idee. Aber ich kann sie nicht bestätigen. Also ich kann sie nicht konfirmen. Da will ich natürlich auch nichts Falsches behaupten. Dementsprechend sage ich mir lieber gar nichts erst mal. Ich bin schon wieder überladen. Alter. Oh, ich muss trinken. So, dann laufen wir wieder zurück. Es ist nur ein ewig weiter Weg. Scheiße. Oh, warte mal. Vielleicht kann ich hier schon das bauen, was ich bauen muss. Da fehlt mir noch Stein. Ach du Scheiße, da habe ich hier gar nicht genug für. Also mich stört der Umstand, dass wir keine Karren haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Das stimmt. Das ist echt merkwürdig, wo der gerade herkam. Auch das stimmt. Das hatten wir zwei, hatten wir das schon mal nein, oder? Nein. Fremde Menschen auf unserem kleinen eigenen Miniserver hier, vor allem in unserem lokalen Netz. Da muss das ja über irgendeinen Steam-Port gehen. Leute, das müssen wir das mal untersuchen. Es müsste jemand aus einer Freundesliste von uns sein. Ja, deswegen habe ich eine Vermutung, wer das war. Wo ist denn eigentlich Parina hin? Ja, das weiß ich auch nicht. Hast du bei der Wandern aktiviert? Nee, oder? Nee, eigentlich dürfte die nicht weg sein. Bisschen merkwürdig, ne? Ich bewege mich gerade schon mit dem Zeitpunkt. Vielleicht hat er meine Parina getötet. Dann hätte er Fleisch gehabt. Vielleicht hat er sie nicht geschlachtet. Schöne Zeitlupelauf hier. Langsamm. Alles klar. So, weiter. Zack, sind hier noch Steine drin. Oh, 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 hier ist auch viel Stein drin. Ja, das habe ich da reingelegt. Das Gute ist, dass man stehen kann und trotzdem... Ja, geil. Uh, sehr cool. Das sind vielleicht zwei. Da kann ich dann Steine, Steinwände bauen. Sehr gut gemacht, Lisa. Sehr, sehr gut gemacht. Und es gab ein Level ab. Ja. So, ich habe hier noch Metall. Da haben wir dann elf Metallbornen hier. Und jetzt hätte ich gerne mal... ...ne Wand. Oh, die braucht deutlich weniger. Ist das geil. Ja, dann geht los, ne? Wenn wir so viel Holz haben, könnten wir mal unsere Dings nachfüllen. Unsere Feuer und alles. Ist mir aufgefallen, dass wir da relativ wenig drin haben aktuell. So, das Normale. Da fehlt nur noch Stein, okay. Ich komme gleich mit Stein. Cool. Ich bin hier voll Bob der Bilder. Bob the Build Master. Ne, der heißt nur Bob the Builder, glaube ich. Aber Bob the Build Master klingt viel lustiger. Oh, oh. Was denn? Ein Dilophosaurus. Dilophosaurus. Dionysos. Wo bist du? Na. Gucke, wo er daherkommt. Ach so. Wir haken jetzt mal den Stein hier weg. Ach, sein Pegomastax, was auch immer das ist. Was? Pegomastax? Pegomastax. Hier ist Parina. Warum ist Parina da hinten? Na, wenigstens lebt Parina noch. Die hat nämlich ganz viel gegrillten Fisch. Wie kann ich denn die jetzt... Hä? Ne, wenn sie da hinten steht, ist es okay. Ich wollte nur wissen, wo sie ist. Okay. 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 Die macht so geile Geräusche. Die klingt wie knarrendes Holz. Ich finde die Geräusche von der übelst cool. So. Sie steht jetzt hier. Ruhe. Ja, die hat wirklich viel Fleisch. Alter. Ja, ja. Jetzt hab ich alles in der abgelegt. Jetzt hab ich alles in der abgelegt. Falsch. Hier wollte mein... Ja, ja, ja. Äh. Achso, wir haben ein neues Level. Guck mal, wo gehen wir jetzt drauf? Resistenz ist auf jeden Fall... Ach, Resistenz klingt gut. Level 29. Lisa. Ja, was? Ich kann jetzt eine Balliste bauen. Cool. Brauchen wir nicht. Gute Speerbolzen. Das ist ja geil. Wieso brauchen wir das nicht? Weil wir nicht PvP spielen. Hey, die Balliste kann ich ja gegen Dinos nehmen. Wieso rennst du hier nackt rum? Weil ich... Das ist mein Adamskostüm. Entschuldige dich bei mir. Oh. Aber dann bleibst du ja jetzt immer so. Na egal. Mach dir nicht. Das kann man ja nicht mehr ablegen, oder? Hast du jetzt Steine mitgebracht schon? Ja, hast du. Ja. I did. You did good. Oder well? You did well, oder? You did well. Hm, ja. Na egal. So. Dann bauen wir jetzt ein paar Wände, die ich... Achso, die sind schon mal im Moment. Brauchen wir noch mehr Stein? Warte mal kurz. Ja, hab ich jetzt grad... Ich würde nämlich jetzt... Am liebsten hätte ich den Dino da. Also, mehr Stein, äh, grundlegend ja. Mit dem könnte ich nämlich fliegen. Geht das? Klar. Wow. Einen Sattel haben und dann kannst du mit ihm fliegen. Unsere Schmiede nimmt Form an. Cool. Wenn ich jetzt da noch irgendeine Rampe bauen könnte, wäre das viel cooler. Oder so eine Treppe. Aber das geht, glaube ich, gar nicht, oder? Wir gucken mal, ob das geht. Hier. Weil es gehen nur so eine krassen Treppen. Eine Wendeltreppe. Nee, das bringt mir auch nichts. Holzaufstieg. Um Bereiche miteinander zu verbinden. Eine Bank. Hihihihi. Tisch, Stuhl, Werkbank. Ja, Schmelzhofer hat Lisa gemacht. Pelz brauchen wir auch nicht. Steindach. Nee. Ich hätte gern... Bist du ein Fleischfresser? Nee, wir gucken mal. Ein Pteranodon. Cool. Ist es... Ist es ein Fleischfresser oder ist es ein Pflanzenfresser? Komm, die Steine wieder, weil das sind jetzt ja alles Texturen, durch die ich durchgehen kann. Das sind alles Glitchs. Ah, das nicht. Oder ist da Fisch? Kann auch sein. Ich hab ihm ja schon was reingelegt noch. Nee, wir brauchen einen rohen Fisch. Achso. Ist kein... Die essen und fressen, der nichts gekocht ist. Irgendwo hatte ich auch noch rohen Fisch. Ich verstehe gar nicht, warum die nichts gekocht ist essen. Ist doch lecker. Das sind Dinos, die brauchen nichts gekochtes. Ach, das ist Quatsch. Das halte ich für ein Gerücht. Der Stein ist bestimmt genau. Der bestimmt auch. Ja. Also die Steine hier sind alle nicht wirklich... Die sind alle noch... Das ist voll fies. Hier sind ein Haufen Steine, die kannst du durchgehen. Ah, hier. Hä? Feinde Parina. Fein, fein. Und das ist kein Stein, oder was? Nee, das ist doch ein Stein. Oh, ich bin erschöpft. Tu dich kurz aus. Okay, ich bin nicht mehr erschöpft. Hä? Wie soll ich mir das vorstellen? Merkwürdiges Spiel. Ah. Fisch ist es. Wir haben noch ein bisschen Platz im Inventar. Der ist nie echt, der Baum. Ein Fischesser. Okay. Also es wächst fast alles nach. Bin erschöpft. Dann ruhen wir uns noch mal kurz aus, Freunde. So. Und weiter geht's. Denn eigentlich ist das Ziel die Schmiede. Und da zumindest hat sie jetzt Wände. Das ist schon mal schön. Und wieder gekackt. Ist die Frage, ob wir die doppelt hochbauen oder nicht. Oder ob wir jetzt einfach mit einem Schrägdach draufballern. Huuu. Was denn? Dann hier so ein Flachdach. Da waren sehr viele Piranhas. Vorbei, das machen wir mit Schrägdach. Ähm, haben wir Talia? Oh nein, schickes Schrägdach, Leute. Und dann bleibt die vorne offen oder so an zwei Stellen. Ach ja, das machen wir. Leute, das machen wir so. So, noch eins. Eins damit. Eins da. Eins damit. So. Jetzt haben wir das hier ein bisschen fährt. Mal noch ein Narkotikum. Für alle Fälle. Guck mal, Lisa. Cool. Fein machst du es. Es ist sehr verstörend, dass du nackt bist. Du siehst das doch gar nicht. Ist doch verpixelt. Nichtsdestotrotz ist es sehr verstörend, dass du nackt bist. Ähm, okay. Ich brauch definitiv Stein. Aber ich weiß nicht mehr, woher. Guck mal hier vorne, ob hier noch Stein ist. Wir müssen doch mal gucken, ob all unsere Dodos noch genug Bärchen haben. Weißt du? Nicht, dass die jetzt vor hungern oder sowas. Das wäre ja furchtbar. Ich hatte letztens schon mal ein Bärchen nachgelegt. Okay. So, ich wollte ein Narkotikum holen. Also diese Axt, die Metall-Axt hält im Vergleich zur Stein- äh, zur... Ja, doch, zur Stein-Axt echt Ewigkeiten. Das ist interessant, ab wann ich schon als überladen gelte. Dabei habe ich eigentlich noch Zeugs, also noch Platz im Moment frei. War ich der Meinung. Aber gut, so schnell kann man sich... Also so kann man sich irren, ne? So, ich habe jetzt Bärchen nachgelegt. Okay. Danke. Bei allen fünf Dodos? Ja. Und bei Parina? Bei dem anderen. Und bei Donuta? Bei Donuta habe ich auch nachgelegt. Also ich meine, klar, Donuta ist dick genug, ne? Da würde eigentlich... Da bestünde die Option, einfach mal abzunehmen und ein bisschen was von den vorhandenen Ressourcen zu nehmen, aber... Diese Nacksche hier, ey, das ist ja echt merkwürdig. Ich muss sagen, die Steinhäuser... Es regnet. Die Steinhäuser sehen nicht wirklich cool aus. Parina hat auch noch genug Bärchen. So, dann legen wir mal die Steinies da rein. Wieder Kinderpublikum geholt. Ah, cool, okay. Wie repariert man das eigentlich? Mit halber und zwei, okay, das ist im Rahmen. Ich habe eine Kartoffelsaat gefunden übrigens. Oh, geil, dann bauen wir noch ein großes Beet. Ich finde es super, dass der gekochte Fisch, wenn der zu verdorbenem Fleisch wird. Ja. So, jetzt guck mal, ob ich hier mich verbaut habe oder... Das funktioniert, was ich hier vorhabe. Ja, cool. Funktioniert zumindest so halb. Guck mal, dass wir so ein Schrägdach bauen können. Da fehlt Stein. Naja, war ja klar. War ja klar, dass wieder irgendwas fehlt. Ganz schön dunkel. Jetzt ist es besser. So, Lisa. Wollen wir sonst erstmal eine kleine Ausnahme... Nein, ich muss den Dino jetzt hier noch betäuben. Ah, wo bist du denn? Hier unten. Wo denn? Siehst du mich, ne? Ich sehe Farina. Ne, auf der anderen Seite bin ich. Bin bei dem Flugdino. Ach, da hinten bei dem... Immer noch? Ja. Krass.